Also, seid ihr bereit? Vor uns liegt ein langer Weg. Wenn ihr hier noch irgendetwas zu klären habt, dann solltet ihr das besser jetzt erledigen. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Sehr schön, wir haben schon genug Zeit verschwendet. Wir haben uns für einen der verborgenen Zugänge entschieden. Die tiefen Wege werden hübsch, jungfräulich sein und nur darauf warten, dass wir in sie eindringen. Das nenne ich mal eine interessante Bildersprache. Es wird etwa eine Woche dauern, bis wir tief genug sind und wir werden vermutlich auf Versprengte der dunklen Brut treffen, die noch von der Verderbnis übrig sind. Große Risiken, große Belohnungen. Wir sollten keine unnötigen Risiken eingehen. Das hier ist nicht irgendein törichtes Wagnis. Wir werden Erfolg haben. Also dann, bevor wir... Moment mal, wer hat diese alte Frau eingeladen? Verzeiht, dass ich euch unterbreche, Sir Zwerg. Aber ich muss mit meinen Kindern sprechen. Nicht, Mutter. Wir haben doch darüber gesprochen, wie wichtig das hier ist. Beantworte mir nur eine Frage. Hast du etwa vor, Kava mitzunehmen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich gehe mit. Alles wird gut. Gar nichts wird gut. Ihr könnt nicht beide gehen. Was, wenn euch etwas zustößt? Warum du das hier tun willst, verstehe ich. Aber ich bitte dich, lass deinen Bruder hier. Ich sagte, ich gehe mit. Und außerdem, wenn wir schon so verdammt viel Angst vor den Templern haben, sollte ich gehen, während er sich versteckt. Also, ihr werdet ohnehin nicht jeden mitnehmen können, der euch einfällt. Ihr müsst euch entscheiden. Oh, dem Erbauer sei Dank. Was? Das ist doch Irrsinn. Du brauchst mich da unten. Wir können nicht beide in die tiefen Wege gehen. Es ist einfach zu gefährlich. Dein hilfloser kleiner Bruder muss also zurückbleiben und sich um die Hühner kümmern? Ich verstehe schon. Kava, dein Bruder tut nur, was er für das Beste hält. Ich weiß. Und ich sollte vermutlich das Gleiche tun. Ist euer persönliches Drama jetzt vorbei? Dann lasst uns aufbrechen. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet, nicht wahr, Bruder? Ja, das haben wir. Die tiefen Wege erwarten uns.